Ich bin der Ludwig, ich bin 20 Jahre alt und habe einen entwicklungspolitischen Dienst in Bolivien gemacht. Und zwar habe ich mit den Kindern und Jugendlichen gearbeitet, die auf dem Hauptfriedhof in Sucre arbeiten. Ich habe ein Trikot von den Universitarius, der Fußballmannschaft aus Sucre, mitgebracht. Und das haben mir meine Kollegen zu meinem Abschied geschenkt. Und das steht für mich für die ganze Wertschätzung und Freundschaft, die sie mir in dem Jahr gegenübergebracht haben. Und ich bin jedes Mal glücklich, wenn ich das trage. In dem Jahr habe ich so viele Dinge erlebt, Situationen durchlebt, wurde mit Sachen konfrontiert. Und das sind einfach Sachen, die mich auch persönlich so weiterentwickelt haben und die ich wahrscheinlich in dem Maße und in den Lebenssituationen niemals in Deutschland erfahren hätte. Mein Tipp für euch wäre, sich einfach nicht so einen großen Kopf zu machen und vielleicht auch einmal statt zweimal zu überlegen, weil man zu lange überlegt, dann macht man kein Auslandsjahr. Bis zum nächsten Mal.